Hallo meine Lieben, willkommen hier auf dem Kanal Apfelwolke. Heute mal wieder ein etwas anderes Thema und zwar versuche ich ja Plastik zu vermeiden. Dennoch benutze ich noch ziemlich viel Plastik und was mir aufgefallen ist, bei unserem täglichen Müll ist eben nur Plastik. Und da habe ich jetzt drei verschiedene Müllvarianten getestet, die man nehmen könnte und die wollte ich euch heute vorstellen. Also der Müllheimer an sich ist bei uns auch immer aus Plastik, aber die Mülltüte, darum ging es mir eben. Und zum einen habe ich hier dieses ganz klassische Papier getestet. Also hier diese Papierkompostteile. Ja, was soll man dazu sagen, wenn man ein Fruchtisanehanner reinmacht, weicht es natürlich durch. Ansonsten aber finde ich es eigentlich auch ganz praktisch, diese Papiertüten mitzunehmen. Es gibt allerdings noch eine bessere Alternative und zwar gibt es eine Mülltütenvariante aus Rot sogar, glaube ich war es. Ich schaue das auf jeden Fall nochmal nach. Ja, die ist leider schon aufgebraucht, darum kann ich sie hier jetzt nicht im Video zeigen und ich habe mir noch nicht dazu gekommen, sie nachzukaufen. Aber das ist eben so, dass es nicht aus Plastik aussieht, sich ähnlich anfühlt, aber eben kein Plastik ist. Und bei diesen Mülltüten ist es auch so desinkompostierbar, das heißt nach einer gewissen Zeit verfallen die einfach in ihre natürlichen Bestandteile zurück. Und das finde ich irgendwie voll praktisch, diese Alternativen. Allerdings sind die nur in kleineren Varianten zu finden, zumindest in den Supermärkten, wenn man es vor Ort kauft. Und darum ist es noch etwas, wo man eine so kleine Menge hat und etwas weggeben kann. Eine weitere Alternative wäre das hier. Diese Boile sind zwar aus Plastik, aber zumindest mal aus recyceltem Plastik und demnach finde ich auch immer eine bessere Alternative, wie die ursprüngliche Müllboile zu verwendet. Ähm, ja, den haben wir gerade muntern und ist halt ganz normales Plastik. Von dem her gibt es auch keinen Unterschied zu den normalen, durchsichtigen Müllboilen. Nur mit dem Unterschied, dass das hier das Tagelmaterial ist, was ich eigentlich immer etwas besser finde. So, nur der Liebling aus all diesen drei Varianten ist natürlich dieses kompensierbare Plastik, was aber ja kein Plastik ist. Eben, dass dieses andere Material besteht. Denn es hält wirklich genauso wie ein Plastikmüllboil ist auch Halle-Mürde. Vom Material ist es irgendwie etwas weicher. Aber ansonsten finde ich das echt genial. Und klar, es ist teurer. Und darum kann man das vielleicht in den Wechsel mit dem recycelnden Plastikverwenden-Varianten gibt. Und ich werde es möglichst versuchen, dass wir nur noch diese Müllboile im Haus haben, um einfach unnötigen Plastik zu vermeiden. Das war's für dieses Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, habt noch einen wundervollen Abend oder Nacht oder Morgen, wann immer ihr dieses Video seht. Bis dann, ciao Leute.